Der Marco kommt ja auch jetzt. Ja, ich hab schon einen von denen. Ich komm runter. Ich kann nicht raus, ich kann nicht raus. Warte, nochmal. Bei NeuroDesign oder wie? Oh, ich seh uns im Prisoner. Begib dich in die Sicherheitszone. Sollen wir mal links abspringen jetzt einfach? Ah, wohl, nee. Was, links? TV-Station, Mann. Komm, wir gehen zur TV-Station. Hier wäre eine gute Stelle. Schauen wir mal was anderes sehen. Da war ich noch nie. Ich werd' beschossen. Das ist echt die neue Meter. Falschem Kappen und dann auf andere Leute ballern, ey. Links neben dir ist einer. Ja. Ach du Scheiße, das ist richtig, Alter. Ist schon einer auf dem Dach, Alter? Hä? Schnell ist der da hingekommen. Und ich krieg den Sniper. Oh Mann. Und Textrun, wo seid ihr so? Wie geht's euch? Wie geht's euch? Bei beiden. Einer kommt oben noch runter. Zu euch, äh, zum, äh, ja, zu Marco. Oben drüber. Irgendwo. Vorratskiste identifiziert. Position wird markiert. Wie geht's denn hier rein, Alter? Wie geht's denn hier rein? Hä? Ich hab grad sogar noch ne Tür gehört. Auftrag aktualisiert. Ein neues Zielobjekt wurde identifiziert. Hoch. Aha. Bei mir im Haus wird geballert. Fuck. Ey. Was für ein Pech muss man haben, Alter. Drei Stück, Alter. Kommt um die Ecke gerannt, Alter. Geil, ich hatte schon 4.000, ey. Die freuen sich jetzt nicht. Dein Teammitglied hat den KULAK betreten. Ein Überleben erlaubt einen erneuten Einsatz. Ach so, man kann, der schießt, der killt mich durchs Bücher, aber egal. Okay, Soldat. Markiere einen Einstiegspunkt für dein Team. Was sind die Dudes? Dein Teammitglied ist im GULAK. Nur wer überlebt, wird erneut eingesetzt. Was ist denn Schmutz, ey? Ziele aktualisiert. Weiter zum nächsten Standort. Weg zu links! Links, der ist links! Kommt jetzt 근 receptive, Mitte, Mitte! Rechts... Kommt rechts, wieder Mitte... dye ist drin. Erneuten Einsatz freigegeben Wohin jetzt, ey? Du bist zum Stadion, ey Ich bin auch wieder frei Ach scheiße, ey, der Nerdox ist ja noch da gewesen, Alter Ja Oh fuck, ey Alter, hab ich mich erschrocken Uff Alter Das ist der Gulag, überlebe, um erneut eingesetzt zu werden Das nenne ich mal einen richtigen Kampf Warte nicht bereit Du bist als nächstes dran Wenn du diesen Kampf gewinnst, kehrst du zurück an die Front Aber wenn du verlierst, war's das für dich Schalte sie aus oder nimm das Ziel ein Die ist keine Sau, Alter Ja Als ob der das Ding einnimmt Freikaufen, wenn es genug Geld hat Oh, Gigi, wenn deine Kohle, können wir Waffen holen Oder Nerdox holen Erre Was hast du denn? Was hast du denn? Was hast du denn gesagt? Ich merke, ob sie da sind Hoffen, dass ich immer mehr Knete finde Hier sind viele Kisten Ich habe auch eine Muni-Kiste, wenn ihr gleich braucht Da ist noch eine Kiste Jo, Yoni, was geht, Mann? Oh je, der Yoni Soll ich zu euch kommen? Habt ihr Waffen? Ich versuche, hier hinterher zu laufen Ich renne einfach Ich renne einfach Du hast einen Drop, Alter Du hast aber eine Muni-Kiste jetzt perfekt Zusammen haben wir genug Zusammen haben wir genug für den Drop Ja, wir haben genug für den Ich hab alleine schon wieder so genug, ey Ja, im Laufe müssen wir wieder einmal ganz rumlaufen, ne Yoni, was ist mit dir und wo ist auch nix, oder was? Wird das keine Liebe? Boah Hä? Ach Leute, das war Chatterino, was so gepiepst hat Neue Mystery Dungeon, ne, das gefällt mir nicht Ich hab die Demo gespielt Hier, ich brauche jetzt nur Ja gut, ein bisschen Muni hätte ich Ne, ich hab ne Munitionskiste offen Ja, gleich für den AirDrop dann Und so treffen wir den Cashin Marco wieder, ey Hallo, ich geb euch meine 300 ein Verpiss dich mit sowas, das Datten werden gleich Nice, ne Digga, der Modus bockt übel Ja, Mann Nimm die Kiste wieder Nimm die Kiste wieder Nimm die Kiste wieder, äh, Kevin Kannst du ein Muni droppen, ey? Ja, hier ist die Muni Kiste Warte mal Hä, hab ich nicht Achso, ich hab die Fallen, da Ja Der Auftrag gescheitert! Geben wir uns mehr Mühe! Äh, nicht Ich kann noch Platten holen, Bello, ey Was genau, äh, eins drin Hier Hier Furcht auch noch, ich hab keine Reserve Und E2er Schild Vorratskiste bereit für die Abholung Danke Aber wir holen jetzt die Kiste Verwündete Ausrüstungslieferung unterwegs Uff Hört ihr das auch im Stream? Das ist Chatterino Der Piep, wenn mich jemand Erwähnt, Alter Ein neues Zielobjekt Das Gas breitet sich aus Schauen wir holen uns den Scheiß einfach In der Rinde Gerade hin Push, push, push Dünn Gruß von Tobi Ja Schlechten zurück Hier, Moin Tag mal auf, mich zu erwähnen Ohne Scheiß Ey Hey Pass auf, vielleicht bei dem Waffen-Drop, ey Gibt's vielleicht welche Kannst mich erwähnen, wie du willst, ey Da hinten sind welche? Ein Dreierteam Die rennen von uns weg Obwohl Nelly kommt schon in unsere Richtung Die rennen außerhalb der Pätschon hier gerade Wollen wir hinterher da, äh, zu dem Da ist noch ein Team da hinten im Haus drin Oder vielleicht sind es die von gerade, keine Ahnung Die haben uns gesehen, die haben uns gesehen Der hat hier rüber geskopt Der geskopt immer noch hier rüber Der hat uns gesehen, der hat uns gesehen Er ist hier hoch Rechts von uns sind auch ein paar Das Gas bereitet sich auf Mich hat er fast erwischt, ey Alter, wieso rennt er da nicht hoch? Alter Wollen wir mal ein bisschen High-Ground hier holen Da haben wir nochmal in den Bunker rein Gucken, ob da noch was Mhm Aber die Türen sind alle auf, die Türen sind alle auf Die waren hier Die waren hier Wollert da hinten halt immer noch rum, ey Ich hole die Kiste Ich hole die Kiste Ziele aktualisiert! Weiter von der Hier, hier, im Haus unten drin Hier, hier, im Haus unten drin Oben links Fenster Ja Hat ein Hits, hat ein Hits Unterschild Unterschild Muss nachladen Ah, der Snipe, der Snipe, der Snipe, pass auf Rechts oben Fenster Der ist K.O Nice, Dinger Der ist tot Let's go Ich bin in einer halben Stunde da Wurde gehittet Der hat durch, durch die Wand gehittet, ey Linke Fenster Hab den durch die Wand gehittet, ey Ich auch Das ist absolut low, kein Schild Kein Schild hit Okay, Sniper, Autos, ammo Guck mal ein bisschen um uns, herum Wieder gehittet durch die Wand, kein Schild mehr Ich muss nachladen Das Gas breitet sich aus, neue Sicherheitszone gefunden Wurde gesichtet! Wo? Weiß nicht, irgendwo von unten, weiter unten Und dass wir gleich von hinten geholt werden, ey Ich guck schon ein bisschen um mich herum, ey Bespotten bin ich aber nie so gut gewesen Ich guck auch mal kurz hinten Ich halte die Stellung Pass auf, er könnte vielleicht mit dem Fallschirm gleich holen Der ist immer noch im Fenster Der war jetzt gerade am linken Der kommt, der wird Fallschirm, Fallschirm Gehittet, gehittet Und links geht einer weg Da hinten Ist einer weggerannt Hinter uns, hinter uns auch, Mann Ich hab's gewusst, ey Team ausgerischt Alles in Ordnung Alles in Ordnung Ist der Marco noch tot? Wir hätten den instant pushen sollen Aber das ist so behindert, was wir machen Da wären Daten, da könnten wir mich holen, falls wir Geld haben Ja, ich hab nur eins hier Ja, da geht gerade ein Quad hin Das Gas kommt Da ist gerade ein Quad gelandet Hä? Ja, Nerdox, komm mit hier Vielleicht die Kiste holen Darf wir dann noch ein bisschen Kohle, du? Ja Unten im Bunker Die letzte Kiste, das müsste dann reichen, ey Ich weiß nicht, wo die runter geht Hast du eine? Ich hab eine gehört gerade Die ist die markiert unten, Digga Die ist die gelbe da Ne, Bello, andere Seite müsste es sein Hier? Ja, genau 2000, ja es reicht, es reicht Alle Vorratskisten gefunden Holt mich schnell, dann kann ich noch meine Waffen oben holen Knörgel, gib mal schnell deine Kohle Ja, ist hier an dem Ding Ist hier an dem Ding Wo, wo, wo? Hier, wo du hin musst Hier bei mir Bei Nerdox, bei Nerdox, bei Nerdox Wo du eh kaufen musst Da kommt einer Da kommt einer Aus, äh, ich Dings Ja, Norden Ich hole meine Waffen hier oben Ich hole meine Waffen hier oben Ich hole meine Waffen hier oben Bei dir irgendwo Hab einen, hab einen von denen Mit einer Ja, wir sind beide hier drin, Alter Der liegt genau bei mir, der Typ Der, der K.O. ist Der Marco kommt ja auch jetzt Ja, ich hab schon einen von denen Ich komm runter jetzt hier Ich kann nicht raus, ich kann nicht raus Warte, noch mal, bei Nerdox zu sein, oder wie? 0 Kopfschuss Team kaputt Nice, Bruder Ja, hier bei mir Ich bin hier drin Ich kann noch geholt werden Half-Life Willkommen, Willkommen Geil Uff Nice Boys, ey Kann ich mal Platten droppen Ah, nicht auf welchen Nee, das Geld oben, genau So, er holte dich auf So, er holte dich auf So, er holte dich auf Über mir Ja, da, da oben Unterschied Einer ist K.O. Ich hab, äh, Low-Ammo Ziel eliminiert Einer ist noch da oben Da Ja, der ist im Platz Einer down, einer down Hat hits? Der müsste Unterschied sein Der müsste Low-SF, äh, as fuck sein Sollen wir hochpushen? Einer ist down Ja, ja, kommt Ich glaub, der wiederbelebt grade Den einen hab ich gefinished Den ich gedownt hab Hier, da, hier, da, hier Ist tot Ist instant tot Jawoll Zone kommt Zone ist on the way Nur so schnell was geht Und dann gehen wir weiter Zone, 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 Zone Und abfahrt Ja, wir müssen weiter gehen Ich bin voll mit allem Außer Außer Muss ein bisschen über High-Ground gehen Hier Ich hab einen Snipen sehen, da hinten Ja, ja, ich war mir jetzt nicht sicher Nein Hier ist einer Hier ist immer noch oben drin, Alter Ich werf mal oben was rein Ceramid eingesetzt Oder auch nicht Jetzt aber Ceramid eingesetzt Äh, neben mir, hinter mir, hinter mir Bin down Ich hab nur sieben Schuss im MG Ich hab nur sieben Schuss im MG Geht Deckung, geht Deckung Geht Deckung Wir müssen los, wir müssen los Wir müssen los, wir müssen los Ich hab noch Gasmaske Ich hab noch Gasmaske Komm jetzt Run, 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 run Ja, der ist tot Ja, der ist tot Team ausgedasht Ja, ich schaff's nicht mehr Komm in die Zone rein, Bär, du schaff's nicht mehr Ich schaff's nicht mehr Doch, doch Ach so, hier ist die Zone, Ende Schon okay, du kommst durch Feindliches Team, erfolgt ein, auf uns die Zone Trupp wird gejagt Wir müssen Deckung suchen Schnell Ausrüstungslieferung ist unterwegs Oh, die Ola Platten? Ich muss reloaden Gib mir ne halbe Stunde Ich hab eine Platte, Moment, hier Eine Platte liegt bei mir Ehre, Jungs, Ehre Ich hab aber keine Reserve mehr Komm, wir müssen hoch, wir müssen hoch, wir müssen hoch Fuck, dass wir jetzt markiert sind Danke für die zwei einen Spitzmann Dieser Chat war jetzt nicht down, falls du das testen wolltest Es wird nur so oft nie was geschrieben Lass mal zu Kevin gehen, der geht irgendwie alleine hier Dann pass auf, hinterher sind noch welche wieder Das Gas kommt Kannst mal den Rüssel aus meinem Gesicht nehmen Da hinten laufen Gegner, glaub ich Bin mir nicht sicher Irgendwas gesehen Wir müssen jetzt schon Posi suchen, Alter Ja, das geht ja nicht, hier gibt's nix, Digga Das ist alles freie Felder Auch hier sind Häuser, rechte Seite sind Häuser Ja, da wird die Zone aber später nicht hingehen, ist ja außerhalb Ich bin unterwegs Dann da rüber Ich weiß nicht, ey Da sind wir mitten auf dem Feld, ein Stein ist scheiße Habt ihr Muni? Habt ihr Muni? Ja, noch genug Ah, okay Ich hab nur keine Papa-Plappen mehr Also 1.30, dann sind wir nicht mehr Wir sind immer noch auf dem Map, by the way Jetzt sind, warte, ja anderthalb Minuten noch, Alter Hinter uns müssten wir safe sein, da seh ich nix Das Gas kommt näher Ja, die Zone, die Zone wird markiert Vor uns, vor uns, vor uns, vor uns Ja Und Schuss, komm Hat noch Schild Ich unter Schild Ja, noch hits Ist K.O. 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 Kenn ich den Wichse, ey Ja Der war nix Ja, der war noch zwei andere in links von dem Ja, da, da, da Hab einen, einer K.O. Einer K.O. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin U-Low Oh, keine Papa-Papas mehr Es gibt nix mehr Ich selte mal eure linke Flanke ab Wieder belebt wurde der eine Hinter dem Stein, die sind beide jetzt K.O. Der wurde gedaunt von dem anderen Z- Cisco Der wurde von mir gedauert, Digge Wo gehen wir hin? Ich will hier in den Kram Der wurde wiederстро Ja Ihr habt ne Schmock, das hind den Can的人 Er rüftel dich a-o Der ist geschtotter Typ. Ja. Team Ausglöschen. Ja. Nice. Haben die Platten, Liga? Haben die Platten? Du kannst das schaffen. Hab keine. Du bist sicher. Du hast die feindlichen Verfolger abgehängt. Der hat auch keine, Alter. Die sind alle low as fuck, ey. Äh, von hier hinten irgendwo. Hinten Snacken. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheit. Haben wir noch einen? Hedge hat gegeben, ey. Lul. Im Run da rechts kommt einer. Kontakt! Ja, der liegt da noch, du. Der ist weg. Team ausglöscht. Nice. Fünf Leute noch, das sind nur noch zwei Gegner. Ja, drei und zwei. Pushen, 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 pushen. Warte, ich muss nachladen, ich muss nachladen. Das Gas verbreitet sich aus. Oh nein, Alter. Lad nach, du Scherz. Ja, ich bin da, ich bin da, ready. Alright. Ja, da vor mir, vor mir, vor mir. Hat ein Hit, hat ein Hit. Ja, unter Schild. Unter Schild der Rechte. Linke noch. Er hat auch Schild hits. Der rechte down, der rechte down. Der letzte down. Wir will den reviven. Hab wen, hab wen. Komm, push, push. Der ist in einem Baum, der ist genau hinter dem Baum. Komm, 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 komm. Der ist ein Scharfschützen. Ich werfe eine Smalls irgendwie vor. Hat noch ein Hit. Schild. Er hat Schild. Er hat Schild. Kannst markieren, wo der ist. Kannst markieren ungefähr. Genau bei der Waffe. Da. Hab ihn. Ja, voll, Jungs, Mann. Ja, voll, Jungs, Mann. Let's go. Sauber. Sauber, Jungs. Das war eine brutale Runde, Alter. Schön. Nice, Alter. Sehr gut. Sehr gut. Die sind so geil. Die sind so geil. Sehr geil. Acht Kills hab ich gemacht. Jawoll. Die sind so geil. Die sind so geil. Die sind so geil. Für mich. Wir waren schon alle im Wundag, Alter. Sechs hat der Dünn. Ich hab fünf. Was ist denn so ein Bug, Alter? Hä? Noll? Ich such's auch gut nix die Leiste, Alter. Ja. Sauber, Alter. Sauber, Alter. Sauber, Alter. Sauber, Alter. Sauber, Alter. Sauber, Alter. Alter, nice. Ich geb ne Runde Capri-Sonne aus für den Chat, ey. Sehr traurig, aber eine gemütliche, ey. So, hier ne Runde Capri-Sonne für euch. Alter, wir wollen acht Kills beide, ey. Let's go, ey. Sauber, Alter. Alle über 2000 Damage, Alter. Nice, Alter. Hat er genau 20 Kills haben wir zusammen. Boah, fett, ey. Ich hab immer schön die Leute mit dem MG runtergeschossen. Und ihr habt die gefinished, Alter. Ich hab so viele Unterschied geschossen, ey. Mindestens sechs Leute oder so, ey.